Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Tedious City. Nun geht es weiter mit dem Projekt GTA 4 The Ballad of Gay Tony. So, dann schnappen wir uns schon mal einen Karre da gerade. Ey, lass mich schnazzen. Okay, machen wir uns dieses Bike, ist besser. Dieses Taxi darf nicht holfen Arsch. So, jetzt machen wir wieder unseren Sender da an. Ich hoffe, es ist gar nicht gelohnt, das Bike zu schlägen, weil es nicht klar ist. Naja, egal. Warum wuckelt das gerade? Ich frage mich. Yo, was the fuck is wrong with you, man? What you mean, homie? You can't be sitting here, man, watching him. Any fool policeman on a second day on a job will know you're the guy with the shit, man. You'll wind up back inside, you moron. It's nice to see you, Mr. Big Shot. Real nice to see you. Captain Downtown. Come up here to talk down to his old friends? Yeah, I just care about you guys, okay? I don't have a choice, man. My right-hand man got a single-digit IQ. Hey, H, come over here, man. Of course, I could do what you did. Run the fuck away, go fuck a man or some shit. Yo, I ain't fucking no man, bro, okay? I'm working the best clubs in the city. I ain't go nowhere. I'm ten minutes away on the train. Ten fucking minutes. What's up, H? It's like, it's another country down there. Ten fucking minutes. I give you ten fucking minutes. You ran away. Yo, whatever, man. Whatever. Whatever. You want a job, bro? I'll get you a job, man. You know that. Yeah, yeah, for sure, man. I want a job sucking some aging Playboy's cock. I want that job real bad. Sign me the fuck up. You're such a dick, bro. You would know. Enrique, would you get the moron to shut up, please? I'm sorry, man. I just miss you. Maybe I express myself coarsely, but we was like family. Oh, yeah, loco, we are family, man. But family doesn't mean we have to live up here slinging dope to a bunch of suburban punks from Aldenay, man. Dando complain about how life could be. We on the doorstep, man. Liberty fucking city. We could run the fucking world, man. Oh, and you running the world? Or you running errands for some ass muncher? Yo, Tony's all right, man. He's like the daddy I never had. Oh, fucking sugar daddy. Hey, whatever, man. My mate. Luis, boys. Hey, mami, como esta? Hey, Mrs. L. How are you, boys? Hey, Mrs. Lopez. Hi, Luis. You look tired. Hey, mami, I've been working, you know. I do know. That's the problem. When you're going back to school. Hey, mami, por favor. I hear you're going back to school, Armando. Doing an MBA, Mrs. L. Hey, let's go. Mami, I gotta go, okay? But here, take this. Luis, take your life more seriously, baby, please. Don't be like your father. Look at your brother, look at your sister. They're doing so well. Mami, I know, but what do you expect? I gotta hang out with more ones like these two, okay? Bye. Let's go. More hunts like us, eh, my brother? Ah, you know how mami is. What, like a woman that's been abandoned by her children? Okay. Look, 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 look. I know you think we small. I know you think we ain't shit. But that's why I hit you up, man. Why? Because we got something real coming down. Yeah, the last time we had something real coming down, I did two years. Look, I'm not going to show you intelligence by telling you shit, it's going to be different now. But it is. It is. Come on, trust me. Let's go. Alter, so eine lange Videosequenz schon wieder. Boah, ich hoffe, ihr habt jetzt mitgelesen das ganze Zeug. Da so, hier so, da so, so unten. So. Wahrscheinlich muss ich wieder fahren. Ja, die setzen nicht auf die Seite und hinten hin. Das heißt, ich muss fahren. Steig in den Wagen. Gerne. Oh, eine fette, fette Karre hab ich hier. Yo, Mando. Oh, egal, das könnt ihr selber lesen. Diese kleinen Unterhaltungen geben dran, wenn ihr wollt. Ich glaub nur, das nächste Mal, wenn es in eine Videosequenz kommt, werde ich dir auch mit vorlesen. Also mal zurück. Mal zurückgehen. So. Oh, die reden immer so viel, das gibt's gar nicht. Naja, ich hab' noch mit dem Auto. Umfahren hier. Irgendwie ist die Welt gerade ziemlich, dass es so dunkel und eklig. Oh, das war ein bisschen zu weit gedriftet. Oh, ah. Oh, das hätte ich lang gemacht. Jeder, fahren wir hier lang. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Oh, die sollen mal kurz zu labern, ey. Das interessiert mich nicht. Moment. Ich kann nicht vorlesen und gleichzeitig wir uns... Ich kann nicht lesen und gleichzeitig wir uns fahren konzentrieren. Das ist echt geliefert. Also wir können wir uns lesen. Ich nicht. Oh, oh, sorry. Sorry. Oh, ja, tut mir leid. Ja, Mann. Du bist ein paar Punks. Du hast ein paar Punks. Das ist, wie du sie mit dem restlichen Leben verstanden hast. Kein Wunder. Ja, bla, bla. Ey, soll mal schön die Sonne rauskommen? Ja, da kommt sie. Aber warum ist gerade so hässlich die... ... so grau alles? Normalerweise ist das doch runter irgendwie. Hab ich zumindest gefühlt. Hat sich ja was geändert mit den Farben? Muss ich mal gerade schauen. Grafik. Schärfe... Jetzt sich wie im... What the fuck? Ne, Anzeige vielleicht? Helligkeit? Sättigung? Kontrast? Ne, das lassen wir mal so. Helligkeit lassen wir auch so. Ne, lass mich. Keine Ahnung. Na, jetzt hat er das gespeichert oder wat? Toll, jetzt weiß ich nicht mehr wie es war. So. Lass ich einfach mal so. Ja, okay. Jetzt müssen wir gleich abfahren von der Autobahn wieder. Zumindest laut Radar. Jo, müssen wir auch. Hui. Boah, 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 boah. Hui, grad schon. Hui. Warum warten die alle? Ey, wachtle einen Kack. Warten alle, man kann doch einfach schon fahren, auch wenn rot ist. Hat doch keiner was dagegen. Solange man ordentlich fährt, so wie ich hier gerade und schön rumdriftet, geht das doch alles klar, oder? Fuck you, bro. Strap up, bros. Ein Auto-Shotty und ein Grenaden. Oh, sorry. Naja, das bleibt mir nicht egal. Hui. Es gibt zwar eigentlich noch Prozente für Auto und so mit Schaden, aber ist mir eigentlich vollkommen egal. Es kommt für mich nicht auf die Prozente an, sondern auf das Spiel und der Spaß dabei. Wenn man einfach nur ordentlich fährt und dann dafür nichts fremd hält, ist es mir lieber Wert und Prozente gehen runter. Anstatt dass man, ähm, Wert-Prozenten zurückkriegt. Jo. Das hat ja glaub ich gar keinen Sinn ergeben, egal. Hui. Hallo, ich bin da. Wir treffen uns da drin, na los. Okay. Ihr geht vor. Pfff. Fucking cocksuckers. Beschissen und schlafen. Papi, was ist los, man? Mein Bruder, was geht ab? Chillen kommt ja cool. Papi, was geht, was läuft, Baby? Jo, aber wie ist dieser Clown da? Jo, locker bleiben. Woah, 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 das ist Luis Lopez, das ist unser Mann. Junge, Alter, das geht viel zu schnell, kann ich gar nicht alles vorlesen. Äh, erst mal so riecht weg. Der saubere Stoff in der Stadt. Du weißt euch, das reine Zeug. Boah. Auf eine furchtbare Zusammenarbeit. Das sind die behindert. Oh, jetzt kommen die wohl hin. Ahahaha, super. Ey, 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 ey. Bla, 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 so. Hallo Leute, ich bin hier da. Ja? Oh, warum hab ich nur noch? Ich will doch gar nicht zu einem. Hey, was los, man? Ey! Oh, Nachlagen, okay. Ja. Kann ich auch noch werden? Ne, ich glaub nicht. Ja, jetzt geht der Grad gerüst, wenn ich hier bin. Ja, wo hin bleibt, ne? So, kann ich mir hier zusehen, das ist auch nicht so langweilig schon. Luis Lopez macht doch seine eigene Arbeit. Ein bisschen auf dem Weaver-Gate-Springen hier. So, Waffen gammeln. Ein bisschen Muni, besser gesagt. Die Waffen. Ja, nicht. Ey, die Pisser. So ballern. Das geht gar nicht. So. Wo sind noch welche? Hier. Oh. Jetzt kommt ein Heli oder was? Hier, will du? Ey, komm noch mit hinten, dann kann ich dich besser treffen. Oh, da steht noch wer. Oh, ich will ja mal Deckung gehen. Tschüss. Jetzt zu der hinten noch, der mich nicht angehittet hat, gerade vorhin. So, weg mit dir. Ey, voll der Hinterhalt hier. Das ist Scrimination? Das ist Scrimination? Wow. Wer hätte das gedacht? Haha, auf wen ballern die denn dann noch bitte? Da ist doch gar keiner. Oder doch? Ah doch, da. Lebt der noch? Ja. Ey. Danke. Muni... Ah, im Leben haben sie eh nicht dabei oder so was? So, was soll ich machen? So, was soll ich machen? Das ist mir lange kommt zurück wie äh... Seine Bombe. Kommt die Bombe angetütteln? Jo, Hamza. Fette Sache. Worauf warten wir noch? Los geht! So, okay, man! Ah, ja, cool. Hatten sie schon geschafft. Geht sein Wagen, schalte sich nicht auf dem Dach aus. Äh, ja, ich hab welchen Wagen. Äh, ja, ich hab welchen Wagen. Äh, ist schon sehr gut, ne? Ja, der Wagen ist eine sehr gute Decke. Oh, ich glaub, die meinten den anderen Wagen. Egal. So, mach du da bitte. Ey. Komm schon. Ey, Mann. Just. Ist da noch wer, ja. Ich brauch den ihre Munition dann noch. So, jetzt müsst ihr hier noch Munition herkriegen. So. So. Oh, ich hab drei Sterne. Begib dich zu deinen Kumpels. Ja, warte doch mal kurz, ey. Ich geh doch nur die Munition sammeln. Was, hab ich denn eine Waffe von diesem Typ, bitte? Ah, ich hab hier schon eine. Oh, cool. Ich hab nur benutzt meine SMG. Ey, was los? Maaah, jetzt... Boah, verreckt. Zu wenig Leben gehabt. Verdammt. Okay, ich hoffe, es gibt ein Checkpoint. Los, komm. Ähm. Ja, ich weiß auch erstmal, dass ich hier... Oh. Jo. Nochmal, bitte. Lade. Nee, von ganz vorne. Naja, heute ist Wetter dafür besser als... Also jetzt. Hier im Moment gerade. Trotzdem weiß ich nicht, ob das das lohnt. Also hier so mal ein bisschen burning und so, nee. So. Huiiii, das hat schön Boom gemacht hier, ne? Und das Auto da macht es auch gleich gut. Boah, so viele Polizisten, ey. Ich glaub, es hackt. Ich mach' das Wort, es hackt. Ja, ja. Ey, wo's los, Mann? So, wo ist der Next? Nein, versteckt sich wer? Ich bin miserabler Schütze, ich weiß. Ich bin hier mal ein Package, RK! Ich verstehe mir die Fragen. Schliff dir noch? Ja, nein, vielleicht... Nö. Shit. die er ist ja ich will auch gern entweder eigentlich gar nicht warum ist mein Leben immer zum Titel schon leer? Wahrscheinlich wäre ich so unordentlich schlau genug hier rumgehe. Schau einfach direkt offensiv Spiele. Ey. Lebt der noch? Ja. Ey komm her du. Bro steht da genau vor mir ist der. Ach du da. Ist das ein Sack. Komm nochmal her. Ja super jetzt kann ich sowieso eigentlich neu anfangen weil ich eh verrecken werde. Warum habe ich keine Schutzweste ey? Ey geh hemmen. Tschüss. Mehr sage ich dazu gar nicht was passiert. So. Jetzt Muni gammeln noch schnell ein bisschen. Ich hab nämlich nicht mehr viel. Genauso wenig wie Leben. Das ist auch schon fast wieder leer. Begib dich zu deinen Kumpels. Ja chill doch mal ne Runde ey. Ich bin doch dabei aber ich muss jetzt erstmal da hinkommen gleich. Hm. SMG hab ich ja auch. Gut. So. Der ist ausgeschaltet. Dann noch der da. Der da auf. Da hinten muss noch jemand sein auch. Hinterm Auto da irgendwo. Na ich kann ja auch mal da rauf schießen. So. Das Auto geht dann auch gleich mal hin die Luft. Ich darf keinen Schuss eigentlich abgekommen sonst bin ich für mich tot. So. Ja klar okay. Erledige Cops. Ja cool. Ich muss aber erstmal Muni suchen. Und am besten auch noch. Ähm. Dingens. Wie heißt. Leben. Aber das krieg ich ja eh nicht. Also. Boom. Da macht die Boom ey. Voll krass fett ey. Oh ja klar. Ich decke. Ich geh von der falschen Seite mich hinschleichen. Oh ich duck mich ja nur wie. Oh ich weiß gar nicht wie ich mich an. Dieses Ding so an. Sozusagen. Ich bin so offensiv direkt wieder. Ey. Ein Schuss fehlt nur. Und dann bin ich weg. Ich hab. Ich glaub es hat. Ma.